Neuwahl in Kärnten. Zehn Fragen, zehn Antworten, zehn Minuten. Neuwahl.com trifft die Kandidaten und Spitzenkandidaten der wahlwerbenden Parteien in Kärnten. Wir sind jetzt bei ASOK. Patrick Wriesnig und Isabella Mitstedt, hallo, danke, dass ihr euch die Zeit nehmt für das kurze Interview. Und zwar ganz kurz einmal vorweg, was ist denn die ASOK? Was kann man sich darunter vorstellen? Die Allianz Soziales Kärnten, Allianza Sozial-Nakodoschka, ist eben keine Partei, sondern eine Wahlinitiative von nicht bezahlten Politikerinnen und Politikern, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, in diesem Land etwas zu verändern und endlich eine wirkliche Opposition zu stellen. Im Landtag. Was macht denn die ASOK so besonders? Die ASOK hat sich zum Ziel gesetzt, in Kärnten grundsätzliche Dinge zu verändern, die die Bevölkerung betrifft. Das heißt, Volkseigentum soll nicht mehr privatisiert werden. Es soll transparenter dargestellt werden, was in den letzten zehn Jahren passiert ist. Institutionen soll nicht ausgelagert werden und wir werden uns dafür einsetzen, dass sie wieder in das Landeseigentum zurückkommen. Problematisch ist natürlich in Kärnten vor allem, dass der vom Volk erarbeitete Reichtum privatisiert wird oder dass Geld in den Taschen verschiedener Politiker landen. Das Besondere von uns ist auch, dass wir mit vier Spitzenkandidatinnen bzw. Kandidaten antreten und einem Allianz Sprecher. Der Allianz Sprecher, der ist der Listenerste auf der Landtagsliste. Das ist der Gerald Murer und das ist der Sprecher von der Allianz Soziales Kärnten. Und dann haben wir in den vier Wahlkreisen jeweils einen Spitzenkandidat oder eine Spitzenkandidatin. Wie zum Beispiel die Kolitnik Malza ist im Bereich Ost, also Wahlkreis Ost. Der Jamrich Daniel ist in Westkärnten und dann haben wir noch die Frau Mittelstedt, die ist die zweite Sprecherin von der ASOK. Und meine Wenigkeit ist Wahlkreis Klagenfurt und dann haben wir noch den Körri Koraymann in Villach. Was macht denn euch Besonderes aus? Was macht denn euch so besonders wählbar? Vor allem, weil wir eine Allianz von verschiedenen, also von Menschen sind mit verschiedenen Interessen, die sich eben für die Belange der Bevölkerung einsetzen, die vor allem im sozialen Bereich und im Gesundheitswesen auch diese Missstände anprangern und dagegen arbeiten werden. Welche Fehler sollte man da jetzt nicht mehr begehen, die jetzt in den letzten vier Jahren passiert sind? Da fange ich einmal an, dass man gewisse Projekte wie Stadionbau oder diese Seebühne, dass wir solche Projekte eben nicht mehr finanzieren, dass wir das Geld nicht mehr so hinausschmeißen, sondern dass wir das mit Vorteilbedaucht und uns gemeinwohldenkend investiert in Projekte, die Sinn ergeben. Wie zum Beispiel, dass wir die Gemeinden wieder stärken, dass man mehr in den Gemeinden unterstützt. Und weniger das Land sprechen lassen, sondern mehr wieder die Gemeinden, weil Manches ist auf Gemeindeebene besser zu bewerkstelligen. Und Manches müsste man halt dem Bund überlassen. Und der Landtag hatte eigentlich nur das über, dass sie das Geld verteilen. Und das wird eben politisch verteilt und immer nach den Formen, die halt in der Regierung sitzen. Setzen wir uns an die Situation von den Jugendlichen in Kärnten. Nehmen wir an, ihr hattet jetzt die Möglichkeit zur Mitgestaltung in der Politik in Kärnten. Woran würden es die Jugendlichen merken, dass sich da was verändert? Also für Jugendliche ist es einmal wichtig, die Bildung in Kärnten muss einmal vorangetrieben werden. Das ist, glaube ich, ein Schwerpunkt. Der zweite sind kulturelle Veranstaltungen und Möglichkeiten für Jugendliche, dass sie sich ausdrücken können. Und ich glaube, in der Richtung kann man schon viel verändern. Da sind auch die Möglichkeiten vorhanden. Korruption, verbale Entgleisungen und so weiter haben wir auch erlebt in den letzten Jahren. Haben Politiker eine Vorbildfunktion und wie kann das moralische und ethische Ungleichgewicht in der Politik wiederhergestellt werden? Zuerst einmal ja. Ein Politiker, eine Politikerin hat natürlich eine Vorbildfunktion und soll natürlich auch das vorleben, was diese Person als Politikerin hervorgibt. Das heißt, wenn ich sage, der Bevölkerung kommt aus Späben, weil so viel plakatiert wird und dann mein Gesicht von jeder Plakatwand runter schaut, dann ist das nicht glaubwürdig. Zum Beispiel müssten die Verurteilten, was ja in gewissen Prozessen passiert, auch dafür gerade stehen und das auch mit dem Eigenkapital. Da könnte man einmal ansetzen. Ein großes Thema ist auch die Arbeitslosigkeit. Und vor allem die Jugendarbeitslosigkeit hat es in Kärnten jetzt stark zugenommen. Genauso die Arbeitslosigkeit bei den älteren Arbeitslosen. Und im Gegenzug ist in allen Berufsbereichen, kam es zu einem Rückgang bei den offenen Stellen. Was wären da von eurer Seite aus die Ansätze, diesem Trend entgegenzuwirken? Also die Arbeitslosigkeit ist ja nicht unbegründet. Ich denke einfach, dass die Wirtschaft für das Gemeinwohl der Bevölkerung verantwortlich ist und nicht umgekehrt. Das heißt, Arbeitsplätze müssen auf alle Fälle geschaffen werden und können auch geschaffen werden. Es gibt Möglichkeiten genug. Und da ist wirklich die Wirtschaft gefragt, also Punkte zu setzen und zu handeln. Wie schaut es denn mit der Energiepolitik in Kärnten aus? Gibt es da Ideen? Energiepolitisch gesehen sind wir für eine Energiegrundsicherung. Das heißt, jeder Haushalt soll eine gewisse Grundsicherung an Energie haben, dass man nicht im Finstern sitzt und nicht im Kalten sitzen muss, wenn man eben die Rechnung nicht mehr bezahlen kann. Fragt sich, wie kann man das jetzt finanzieren? Und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Eines zum Beispiel wäre, dass die Kellack dafür herangenommen werden kann, weil die haben ja Aktien verkauft, ich glaube 51% oder 49%, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber dass sie das verkaufen können, also da haben sie erstens schon einmal was hereinbekommen und dass sie es verkaufen können, da haben sie schon einmal Gewinn machen müssen, weil sonst hätten sie es nicht verkaufen können. Und so wäre eine Grundsicherung der Energie halt schon umsetzbar. Ein Thema, das in Kärnten immer wieder aufkommt, ist das Thema der Asylpolitik, Flüchtlingspolitik. Wie schaut in Kärnten jetzt so qualitativ hochwertige, auf Integration setzende und humane Flüchtlingspolitik aus? Oder ist das kein Thema? Die Asylpolitik ist in Kärnten sehr wohl ein Thema. Vor allem, weil in den letzten Jahren hat es sehr viele Informationen darüber gegeben, wie Flüchtlinge in Kärnten untergebracht sind. Und es herrschen katastrophale Zustände in manchen Unterbringungsstätten. Und Flüchtlinge werden in Kärnten wirklich angegriffen. Und da gehört die Bevölkerung dringend sensibilisiert. Und diese Zustände gehören einfach aus der Welt geräumt, um bessere Unterbringungsmöglichkeiten zu finden. Grundsätzlich vertreten wir die Meinung, dass jeder Mensch, egal ob in Österreich geboren oder woanders geboren, dieselben Rechte wie jeder andere Mensch hat, der seinen Lebensmittelpunkt in Österreich hat. Und natürlich muss man mit dieser Ghettoisierung aufhören, weil da spricht man ja von Integration. Und dann steckt man alle in ein Haus oder in ein Wohngebiet, in ein kleines. Und da kann natürlich Integration nicht stattfinden, weil Integration heißt ja, dass man integriert. Und das geht nur, wenn beide Parteien aufeinander zugehen. Wir haben schon sehr viel gehört von der Hypo-Bank, vom Stadion, von Klang für der Fußballmannschaften. Ich möchte einmal ganz kurz das Thema auch wechseln und sagen, okay, was gibt es denn für positive Sachen aus Kärnten? So kurz um die drei Stichworten. Ja, die positive Veränderung ist meiner Meinung nach, dass jetzt einfach einmal eine andere politische Landschaft geschaffen wird, um die Bevölkerung nicht mehr und die Bevölkerung nicht mehr hinter das Licht geführt wird. Zum Zweiten, wir haben in Kärnten wirklich viele Ressourcen, die genutzt werden können, um wirtschaftlichen Aufschwung zu erreichen, um mehr Arbeitsplätze zu schaffen und um kulturell etwas auf den Weg zu bringen. Positiv sehe ich, dass es eine neue Bewegung in Kärnten gibt, nämlich die Allianz Soziales Kärnten. Und positiv in der Vergangenheit sehe ich nicht viel. Eher, dass es zurückgegangen ist wie Jugendkultur, die man wieder mehr, die man verstärken sollte. Und auch das kulturelle Angebot müsste mehrsprachig sein und antinationalistisch. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche euch alles Gute und vor allem alles Gute am 3. März und die Zeit darüber hinaus. Danke. Dankeschön. Danke. Danke. Vielen Dank.